Kenneth, Ganges und der Klox! Tor 15! Hier geht's jetzt nochmal richtig weit. Und der macht mit, der Kenneth. Er kann es aus Norwegen. 139,5 Meter, 139,5 Meter. Kenneth Ganges, Norwegen. Die Notenboot, 18,5 im Durchschnitt. Jetzt wird er, jetzt nochmal, hier in Führung gehen. Sein Trainer hebt die Faust, er ist zufrieden mit dem Sprung. Oder bleibt die Reihung, so wie sie jetzt zuvor dann gleich. Severin Freund und Peter Prius kommen. Wir bereiten uns schon mal vor auf Freund. Gucken wir parallel auf die Reihung.